Einfach mal wieder dieses 90er Jahre Feeling erfahren. Stressfrei, staufrei, sorgenfrei. Das Jahrzehnt von Barbie Girl und Titani kommt zurück auf die Straße. Mit spannenden Aufgaben und ganz viel Genuss im Gepäck. Die ADAC Youngtimer Tour bringt 2020 in Dortmund die Fans von Fahrspaß und Teamarbeit zusammen. Die Kultautos der 90er erleben am 3. Oktober in und rund um Dortmund. Einfach dabei sein, dann klappt es auch mit dem 90er Jahre Feeling. Musik 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 Vielen Dank.